Das war eine schwierige Zeit für unser Land, mein Sohn. Nachdem wir die Weltmeisterschaft 1950 verloren hatten, haben wir uns geschämt. Ich werde eine Weltmeisterschaft für Brasilien gewinnen. Das verspreche ich. Der Punkt ist, Chico, wenn du professionell spielen willst, darfst du dich nicht dafür schämen, wer du bist. Ey, die heißen die Schuhlosen. Ich habe mir beigebracht, mit den Früchten zu üben. Alles andere kommt von allein. Wie wäre es mit einem Probetraining beim FC Santos? Er ist erst 15, Don Gino. Er hat Varou noch nie verlassen. Der Ginga-Stil hat vielleicht in Santos funktioniert, aber wird sich nie auf internationaler Ebene durchsetzen. Ich kann nicht so gut spielen wie die anderen Jungs. Was ist falsch daran, anders zu spielen als die anderen Jungs? Also kannst du uns entweder zeigen, was passiert, wenn du den Mut aufbringst, so zu sein, wie du wirklich bist. Du bist vielleicht 16 Jahre alt, aber du bist jetzt ein Sportler dieses großartigen Landes. Jeder will dieses 15-jährige Phänomen sehen. Jetzt musst du deine Elf dazu bringen, an sich selbst zu glauben. Ich weiß nicht, jetzt nicht, ob wir gewinnen werden. Aber ich weiß, dass wir Ihnen ein schönes Spiel zeigen werden. Ich weiß, jetzt. Ich weiß,amarge seid. Untertitelung des ZDF, 2020